Das ist der afrikanische Pinguin. Eine einzigartige und faszinierende Pinguinart, die nur an der Südwestküste Afrikas vorkommt. Wusstest du, dass afrikanische Pinguine die einzige Pinguinart sind, die in Afrika brüten? Afrikanische Pinguine haben mehrere einzigartige Anpassungen, die es ihnen ermöglichen, in ihrer rauen Küstenumgebung zu überleben. Eine der interessantesten ist, dass hier rosa Drüsen über ihren Augen haben, die ihnen helfen, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Wenn sie heißer werden, fließt mehr Blut zu diesen Drüsen und wenn sie abkühlen, fließt weniger Blut zu ihnen. Afrikanische Pinguine sind monogam, was bedeutet, dass sie ihr Leben lang zusammenbleiben. Beide Elternteile übernehmen abweg sind das Brüten der Eier und die Pflege der Küken, wobei jeder Elternteil Schichten von einigen Tagen überlebt. Ein weiterer faszinierender Faktor bei afrikanischen Pinguinen ist, dass sie soziale Tiere sind. Sie haben auch einen einzigartigen Ruf, den sie verwenden, um ihre Partner und Küken zu identifizieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017